Was ist eigentlich ein LMS? Bei einem LMS, Learning Management System, handelt es sich um eine Online-Schulungsplattform, die es ermöglicht, Schulungsaktivitäten zu zentralisieren und automatisch zu verwalten. An wen richtet sich das LMS? LMS eignen sich für KMUs und Großunternehmen sowie Schulen und Schulungseinrichtungen. Die ihre Schulungsaktivitäten digitalisieren möchten. Welchen Zweck erfüllt ein LMS? Ein LMS ermöglicht es, personalisierte Schulungen in großem Umfang bereitzustellen. Die Kompetenzenentwicklung der Lernenden kann mithilfe eines LMS einfacher verwaltet und nachverfolgt werden. Welche Vorteile bietet der Einsatz eines LMS? Auf organisatorischer Seite ermöglicht das LMS eine weitaus einfache Verwaltung, optimierte die Schulungskosten und ermöglicht insbesondere einen besseren Überblick und die optimale Planung der Schulungsaktivitäten. Auf der Seite der Lernenden bietet das LMS eine große Flexibilität, da sie sich jederzeit und von jedem Gerät aus mit dem LMS verbinden können. Mithilfe digitaler Technologien können mit einem LMS personalisierte und vor allem dynamischere Schulungen erstellt werden, da verschiedene Schulungsmethoden unterstützt werden, virtuelles Klassenzimmer, E-Learning, interaktives Lernen und vieles mehr. Mithilfe digitaler Technologien Mithilfe digitaler Technologien Mithilfe digitaler Technologien Mithilfe digitaler Technologien Mithilfe digitaler Technologien